Hallo, es klappt, Zeost hier. Willkommen zu einer Folge von Fortnite. Juhu, Leute, es geht wieder los. Ja, ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, unten steht Y und B, das heißt, ich spiele zum ersten Mal im Gamepad. Und ich glaube, ich kann so besser spielen, weil ich bin einfach der Gamepad-Typ. Okay, wow, es geht schon los. Ja, Leute, ich habe beschlossen, dass ich mich mehr ins Getümmel stürme und nicht mehr so auch passiv spiele, damit zum einen das Gamepad natürlich auch cooler ist, wenn mehr Leute sterben, also wenn ich mehr Kills bekomme, hoffentlich. Und natürlich auch, ey, ich wollte gar nicht. Aber natürlich damit auch, ich auch dazulernen und besser werde. So, es kann ja nicht sein, dass alle hier mega die guten Spieler sind und ich bin hier der größte Loser der Welt. Geht ja gar nicht klar. Deswegen, schnell runter, schnell runter, schnell runter. Und ab in irgendeine Scheune oder so und dann gucken wir mal, dass wir gute Waffen gleich finden und, äh, ja, uns ordentlich dahin murksen. So, runter mit mir, runter mit mir, komm schon, komm schon. Oh Gott, der ist vor mir unten. Egal, komm, den holen wir uns. Scheiß drauf. Hallo. Nein. Geil. Hammer. War das low, Alter. Was ist das hier? Oh, oh, oh. Oh Gott, ich hab noch keine Waffe. Ich hab immer noch keine Waffe. Hier ist eine. Das ist ein Gegner gewesen. Wo ist er? Da ist er. Wir laden nach. Sehr schön. Oh Gott, das ist ein Gegner. Oh Gott, oh Gott. Das ist nicht gut. Oh Gott, wir sind wirklich tot. So, so viel dazu. Ähm, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Scheiße. So, neue Runde, neues Glück. Wir gucken mal, was ich dieses Mal so da reiße. Ich bin super gespannt. Juhu. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Ho, ho, ho. Auf geht's. Wo bin ich? Jetzt ab. Und los geht's. Wir schießen volle Bäre nach unten. Und dann einfach grad drauf zu. Juhu. Hi. Cooler Typ. Fliegt vorbei hier. Ähm. Genau. Ich lande jetzt einfach mal hier so. Und wir schauen, wo ich hinkomme. So ein paar Gegner. Überall. Los, los, los. Aber ich glaube, ich bin mit dem Gamepad schon mal ein gutes Stück besser. Also ich glaube, man merkt es auch vom Gameplay her, dass ich jetzt schon ein bisschen sicherer mit der Gegend laufe. So. Ihr habt mir sauviele Tipps gegeben, zum Beispiel, dass ich mich jetzt auf diese Dinger hier zielen soll. Weil ich dann schneller abbaue. Das ist alles super hilfreich. Dankeschön an der Stelle auch. Genau, wir kaufen es gleich mal hier. Das Gute ist, mit B kann ich es auch umbauen auf Mauern. Und ich weiß auch, wie man sprintet. Ich habe viel dazugelernt. Also ich glaube, das erste Gameplay, das ist ja der Wahnsinn. Weil ich da für einen Schrottsam gespielt habe. Aber jetzt schauen wir mal, ob ich jetzt dann dieses Mal besser bin. Aber wir brauchen auf alle Fälle eine Waffe. Ich bin immer noch waffenlos. Äh, ich sehe auch hier schon mal eine Pistole. Das ist ja schon mal was. So. Ähm, aber wir brauchen noch unbedingt mehr. Ich habe es gehört. Scheiße, der wurde angeschossen schon ein paar Mal. Das ist echt nicht gut, weil jetzt habe ich schon ein bisschen weniger Energie. Und der hat mich gesehen, vor allem. Aber ich laufe mal hier runter. Sehr schön. Schöne Sache. Wir heben uns alles auf. Und setzen es ein. Achso, jetzt ist es... Ah, nee, doch, passt schon. Aber wie? Hier, trink, trink, trink. Dankeschön. Was ist das hier? Kann man auch mal trinken. Dankeschön. Äh, und wir heben das hier noch auf. Jetzt haben wir jede Menge Waffen. Genau, ihr habt mir auch beigebracht, dass die Farben, was sie bedeuten haben. Aber wie ihr seht, ihr könnt, ich habe diesen Typen jetzt gut weggepumpt. Das wäre normalerweise nicht gegangen. Also mit Maus und Zartur. Ähm. Und ich habe jetzt schon doch hier und da ein paar Shooter gespielt. Das heißt, ich kenne mich an sich schon aus. So ist es nicht. Das Problem ist halt bloß, dass ich halt noch nie Fortnite gespielt habe. Wir brauchen auf alle Fälle mehr Energie. Das ist ganz wichtig. Aber ich kann, kann ich auch so, ich habe eine, ach Y. Kann ich auch. Sehr schön. Zerstellen wir mal hier alles. Genau, auf diese Dinger muss ich zielen. Okay, schön. Ähm. Und wenn ich so ein bisschen Ressourcen habe. Aber was ich auf alle Fälle brauche, ist mehr Energie. Weil ich bin ja kurz im Tod. Obwohl 50 Schild ist auch nicht schlecht, ne. So ist es nicht. Ah, wir müssen auf alle Fälle auch rüber. Bevor wieder dieses Areal kleiner wird. Und ich habe leider nichts da. Das wird euch scheiße. Ist im LK was drin? Ja, sehr schön. Natürlich sind Silber, die Waffen. Also offensichtlich nicht so gut. Oder? Aber ich kann ja mal. Ah, verdammt. Ah, ich habe ihn gehört. Aber das war, das war leider, das war leider schade. Na gut, nächste Runde. Wir gucken mal. Oh Gott. Ah, keine Muni. Keine Muni. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nice. Oh Gott, oh Gott. Uh, habe ich gerade, habe ich gerade Herzrasen. Scheiße, Alter. Oh, zwei Kills. Aber wir sind mega angeschwächt. 52 nur noch. Aber ich höre hier deutlich jemanden. Nein. Ah. Hui. Okay. Diese Runde wird geil. Das habe ich im Blut, Leute. Ich spüre es richtig, wie es mir kribbelt. So, das kann nur geil werden. Okay. So viel dazu. Oh Mann, ist das bescheuert. Oh, oh. Den holen wir uns. Okay, er hat auch recht super schlecht gespielt, der gute Mann. Aber dankeschön für die ganzen Items. Ab in den Wald. Okay. Wow, das war ein Headshot oder so. Da kann man auch nicht viel machen, oder? Nicht angeben, eine blöde Kuh. Theo geht langsam der Arsch auf Grundeis. Kann er es schaffen, ein Match zu gewinnen, ohne dabei abzulusen wie ein... Ich bin schon... Das war es. Ich war schlecht. Sorry. Okay, es geht los. Karte anschauen. Wo wollen wir hin? Mhm, mhm. Vielleicht, äh, da hin? Title Towers. Wir könnten so weiter reinfahren mal. Haben wir noch nie gemacht bisher. Warum denn nicht? Und los! Juhu! Ab in die City! Da werden sicher auch mehrere landen, als nur wir. Aber egal. Okay, ich höre Schüsse. Wo sind die? Nice. Nice. Juhu! Einen Kill haben wir schon mal. Nice. Noch ein Kill. Nice. Noch ein Kill. Kommt einer hoch? Nein. Wollbinden! Ich höre es quietschen. Ich höre es quietschen. Das ist eine offene Tür. Wow! Hä? Wer denn? Wo denn? Okay. Aber, ich muss sagen, was war das denn? Ja, Leute, dann würde ich sagen, was mit ein paar. Bewertet ihn ruhig gerne mal. Schreibt mal eure Meinung und dann auch gerne andere Tipps noch rein, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, sieht man sich bald mal wieder hoffentlich. Zweite, drei Folge von Fortnite. Falls ihr Bock drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare und so weiter. Und mal gucken. Ich kann auch andere Sachen mal spielen, falls ihr wollt. Genau, dann bis dann. Einen schönen Tag. Oder Abend. Oder morgen. Keine Ahnung. Und dann bis dann.